Liebe Rennligare, liebe Rennligare an Ihnen, liebe Sportbegeisterte und Fußbegeisterte. Wir haben einen Master da, das ist der achte Mastertitel des SC Sitzbergreitling in der 80-jährigen Verreizgeschichte. Hallo, wollen wir sehen? Du bist viel drauf! Hör genau! Das sehen Sie gar nicht in Amerika jetzt! Ja, ja, passt! Bestes ist bei Rennlig, das Meister in der zweiten Klasse Wachau, der achte Meistergipfel im 18-jährigen Verein zu stehen. Ich begrüße Ihnen so herzlich den Gruppen von der zweiten Klasse der Frau, Herrn Müllerer, Herrn Müller, und ich begrüße uns Präsidenten des SC Sitzbergreitling, Herrn Josef Gitz, und daher werden die Meistergipfel erreichen. Bevor es soweit ist, kann jeder nochmal den Blick auf den Ersatzplan des SC Sitzbergreitling in die neue Richtung. Ich bitte euch, alle Fans, alle Zuschauer, liebe Zuschauer, die so die Grenzen zu erheben, dieser Meistertitel war auch möglich, weil wir gute Leute unter unseren Reihen haben. Einer von Ihnen ist es herbst zu uns gegangen. Die Nummer 8 ist immer bei uns, zum Beispiel gibt es keine steigende Minute für die Breuerhege. Vielen herzlichen Dank. Als nächstes werde ich die Meistergipfel geben. Wir fahren einmal an. Die Hitler- und Weißermannschaft steht auf der Reihe. Und auch Mobilarbeit. Die erste Beteiligung geht an den Präsidenten des SC Sitzbergreitling, den Herrn Lothar Gitz. Ebenfalls bedanken und an diesem Erfolg beteiligt ist der Obmann Josef Biel. Obmann-Schnellprofessor Johann Heinrich und Franz Fein sind immer im Einsatz und ebenfalls am Erfolg des SC Sitzbergreitling heuer beteiligt. Vieles wäre nicht möglich, wenn sich nicht Leute, Firmen und Unterstützer für den Fußball einsetzen würden. Ein weiterer Teil ist unser Vater Alfred Lothar Gitz und die Firma Bauten, der Bodega, Charles Lothar Gitz. Vielen Dank. 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 Ich kann nicht bewusst, dass wir Master werden, also müssen wir das jetzt so sehr gemütlich durchdrehen. Gezanne zu Haken! Ja, ich hab gesagt, das so ist. So, mein Karl, du bist ein Büt. Okay. Ich hab' den Präsidenten des SSS-Vergleihenden Josef Vitz, an den Obmann Josef Vih, an den Obmann-Stellvertreter Johann Heinrich, an den Obmann-Stellvertreter Franz Fein, an den Obmann-Stellvertreter Franz Fein, an den Obmann-Stellvertreter Franz Fein. Herr Söhring, Petra Neumann. Bei jedem Spiel daheim aus, er ist immer dabei in der Vorbereitung. Unser Arzt, ausgebildeter Doktor, macht eine Weiterbildung als Sommer, Jürgen Hörheim. Applaus Herr Söhrer, jeder der im Einsatz war, am Weg zum Meistertitel auch war, und dann wir mit Martin Zucker. Als nächstes, morgen Martin Drois. Bessere Leute, die spielen, beim letzten Sitz für Kreisling. Und der Rester, und der Rester von sehr einen extra Applaus verdient für den dritten Klob in der zweiten Klasse der V. Anton. Mit dem Flitz! Brete, Brete! ska dette Leitea. Alle Grupper extあれitanischen Nachwuchshoffnung. Nächster, Thomas Scherner. Maximilian Harter. Damit wir Zeit haben. Zum Stammkader, einer, der schon mehrmalss League und Used worden ist. Ich kann mich erinnern, 1994, 1995 durchwarscht in die Unterliga damals. 2001, vor zehn Jahren Master geworden, in Esti sitzen begreiflich aufstehen in die zweite Landesliga. Der Dormann, auch in der Ferne, Josef Reisner! Ich weiß nicht, es ist noch kurz oder nicht so weit. Aber der Ex-Mobilist hat erklärte Drömer über Umwege, die wieder etwas hat. Wien er an Scheu Scheider! Als nächstes, kommen wir an Auswertungen. Der mit mir alleine geliebt, der hat auch ihren Herkunft, mit dem er fährt's schön kann. Nummer vier, die Nummer vier! Patrick Spatzinger! Wir gehen jetzt allein aufs Durf. Wer die Rücken über kämpft, war das jetzt aufs Vorweg. Unser... nein, ich sag da... ...eine Bank wie der Obbär! Der Patrick... Patrick... ...Mader! Wohne Dank! Patrick Mader hat den meisten Spielminuten in ihrer Klasse in ihrem Ausschau. Muss man sich mal vorstellen. Herr Schlechtes! Die Oberpierwürmer werden sich gerade speziell freuen. Ich weiß nicht, was das genau heißen soll, aber... ...hätte wieder mit dem Postzug schon! Immer da! Als Sechzer! Grüßetag! Frank! Hanna von unserem Motor in Mittelfeld! Lange Zeit pausiert! Lange Zeit pausiert! Und mit Wurzbann nichts mehr zu tun haben wollen, so ungefähr! Und ich ist wieder auf den Schwank gekommen! Hat sich zurückgekämpft! Über viele Trainings! Beinharte Vorbereitung! Und ich ist wieder auf heute noch! Unser Herdregman! Christoph Scherzer! Und wer jetzt zuher zu den Quaschen hinter die Himmel in die Oberauschung schlackern und vor allem Vierstaukürchen wäre ins Kult! Der Torschützenkönig der 2. Klasse Vachau! Mit 36 Toren! 36 Tore! Die Nummer 9! 9 mal 4 ist 36! Malheuell Pitalis! Malheuell Pitalis! Litt mir die Bürstriecke! Dreht die Kassen Hallo im Kopf, zu! Heute hat er es wieder gezeigt! Einer der durchschiessen kann,emit興 todfelsend, Motoren und Regisseur unterhalten gar mehr mittlerweile, Freinamer Baumgartner! Die Mächten, wenn sie nicht nachschauen, wenn sie hier durchspannieren, dann schaut sie in den letzten Zeitpunkt einzuschen. Das ist der schlimmste Mal, den ich euch gehört habe. Liebestens, Niederösterreich, hätte ich sagen, Roman V! Hoooooooooooo! Welche Schüler haben wir hier? Wir sind ein Elaster. Ich bin mit dafür. V-2025, der schöner Schiebzett. Zehn Jahre noch den ersten Elaster gekommen. Nummer 13. Was war... Nein, nein. Der Kuh ist nicht lange da. Wir haben uns letztes Mal das Glück, dass ein Tor ist. Im letzten Sommer tut es zugrunde gekommen. Eine Bank, eben am Platz und hinter der Bar. Mario Buchinger! Wir haben eigentlich ein Unrecht, dass wir alle vorreden haben. Aber so viel Geld kann man sich nicht mehr. 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 So viel Geld kann man sich nicht mehr mehr. Es ist ein süßen Applaus. Wer, Borat? Hey! Hey! Nummer 13 haben wir gehabt. Nummer 14. Ein Youngster. Mit mir für uns immer. Für den Spaß zu haben. Gott sei Dank. Wir haben ja schon Spaß gemacht. Nummer 14. Julian! So, ja. Ich kann mich mit Musik konzentrieren. Applaus Applaus Und ihre Gäste Nachbarschaft. Gut, gut, gut. Alle letzten Sommer zu uns kommen. Die zweite Meisterschaftssaison. Und voll dabei. Die Nummer 15. Werner Snelli. Applaus 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 Und zwar einer von unseren Bluesbruders, den es muss man so sagen, den haben wir schon so lange, und der fängt jetzt auch zum Dachs an, Matthias Möhtner! Das ist ein guter Grund, das erzählen wir nachher. Die Nummer 19, Gangster, Mittelfeldspieler, immerhin das Dörter bei Manuel Rüller! Die Nummer 19, Gangster, Mittelfeldspieler! In Folge, diese Serie hat wahrscheinlich noch nicht gegeben, Gotti verrät! Ich hab heute noch dreimal ausgerechnet, wenn ich so viel durchgeschossen hab. So, bei 116,16 können wir stehen bleiben! Unser Trainer, Armin Kronikstad! Die Nummer 19, Gangster, Mittelfeldspieler, auch von der Möhtner! Wir haben einen Kapitän und der hat den SC Sitzberg-Reidling-Kampfmannschaft zum 8. Meistertitel geführt. Ein extra Applaus, bitte zum Meisterklart, Thomas Heidelberg! Meine Damen und Herren, liebe Fans, wir bedanken uns ganz heilig bei euch für die Treue. Es hat Samarkas gegen den Tod gewesen, dass wir haben und auswärt und jetzt getfeiert, bis zunächst in den Tod, und da geht es weiter mit der Kraft, mit der Ursprungspühe, der so tolle Anführungszeichen. Verhältnissen, der Reining, Geschwister, Stadus, Höf! Stadus, Höf! Das ist ein Schuss. 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 Dnasch! Wenn die gegangen sind, sind wir selber so zogen und dann wieder weg, tut ein Regenschirm, ist das scheiße. Man tut dann raus in die Regenschirm. Da muss man sich eh mal schiffen, gell? Jaaa! Schritzi! 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 Schему! ... ... Das war's für heute. 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 Das war's für heute.